Heute, Sabrina fragt Zitate ab. Hi, ich bin Sabrina, ich bin eigentlich Team Marketing und heute vor der Kamera, um euch folgende Frage für unseren Adventskalender zu stellen. Wir wollen heute von euch wissen, wer folgendes sagte. Ich überlegte, jemanden vom Arbeitsamt zu holen, der den Spielern Alternativberufe zeigt. Schickt eure Antwort an advent.freunde.de und hinterlasst in den Kommentaren doch gerne eure Lieblingsmannschaft. Spockball. Spockball.